Warum sollst du dir ein Videotraining kaufen für eine Software, die relativ günstig ist? Die Antwort ist, du brauchst ja natürlich gar kein Videotraining kaufen, du kannst dich selbst einarbeiten ins Thema. Die Dokumentation, die schriftliche Dokumentation für Lumina ist eher schlecht. Es gibt kein offizielles Handbuch vom Hersteller. Es gibt Stand heute nur eine FAQ-Liste mit 20 wichtigen Fragen. Das beantwortet natürlich nicht alle Werkzeuge und Funktionen. Punkt Nummer 1, keine schriftliche Anleitung. Punkt Nummer 2, aus meiner Sicht der größte Vorteil ist Komfort. Wenn du dich durch eine Funktion durchklickst und ausprobierst, dann siehst du vielleicht nicht die Wechselwirkungen dahinter oder verstehst auch nicht die Konzepte automatisch, die dahinter stecken. Das heißt, du kriegst komfortabel im Videotraining alles erklärt, was wichtig ist zur Software Lumina. Und der dritte Punkt, das ist für mich wahrscheinlich der größte, ist die Zeitersparnis. Wie viel ist dir eine Stunde Lebenszeit wert? Wie viele Euro, jetzt könnten wir sagen, ja mein Stundenlohn auf der Arbeit ist so und so hoch. Den setze ich jetzt mal an. Kann man als Maßstab zum Beispiel nehmen. Du könntest dir ja alles im Versuch- und Irrtum verfahren über viele YouTube-Videos, die eben nicht strukturiert sind, sondern mal hier ein Bauteil, hier mal ein Bauteil. Und dann muss man sich das so zusammenstückeln, vielleicht noch in anderen Sprachen. Das kann sehr mühsam sein und ob es ein vollständiges Bild abgibt, weiß ich auch nicht. Und nicht jeder, der auf YouTube ein Video veröffentlicht, weiß auch, was er oder sie erzählt. Ja, ohne das jetzt weiter kommentieren zu wollen. Ich will jetzt auch nicht meine Referenz als Profi-Fotograf anführen, dass ich über zehn Jahre lang schon Bildbearbeitung mache, über vier Millionen Bilder bearbeitet habe. Ja, das kann dir egal sein. Was ich aber aus dieser Zeit gelernt habe, sind viele, viele Methoden und Konzepte, die deutlich darüber hinausgehen, welchen Regler du jetzt wie zu drehen hast, damit es gut aussieht. Und ich verrate dir natürlich meine Lieblingseinstellungen, wie ich welche Regler benutze, was sie bewirken. Aber ich habe auch ganz viele Videos in dem Videotraining drin zu Konzepten. Also sprich, was ist die Denkweise hinter einer Bildauswahl? Wie kommst du da schnell voran? Was ist die Denkweise hinter einem starken Motiv? Also sprich, die Logik hinter einer Bildbearbeitung. Und so geht es weiter. Ich habe auch Strukturen, wie du Daten sinnvoll speichern kannst, also Fotos sinnvoll speichern kannst. Ja, ich will jetzt nicht den ganzen Kurs runterbeten. Den siehst du ja in der entsprechenden Beschreibung. Ich habe es versucht, alles kurz zu fassen, also immer nur ein Werkzeug, beziehungsweise ein Bereich separat zu erklären. Und so kannst du dann auch das Ganze als Kompendium nehmen. Heißt, du musst dir nicht alle Videos angucken, sondern du kannst sagen, ja, die zehn Werkzeuge, mit denen bin ich vertraut. Ich schaue mir jetzt die und jene Funktion an. Ebenen kenne ich noch nicht. Maskierung kenne ich mich noch nicht so aus. Also sprich, du kannst selektiv auch reingehen. Ich bin überzeugt, alleine diese Konzeptvideos sind mehr als den Workshoppreis, den Videokurspreis wert. Dahinter steckt eben die Erfahrung, die ich in diesen über zehn Jahren gesammelt habe. Und du wirst da viele Stunden an Lebenszeit dann einsparen, wenn du diese Konzepte umsetzt. In jedem Falle, falls du nicht überzeugt bist, habe ich eine Geld-Zurück-Garantie. Da kommt immer wieder die Frage, wie lange habe ich Zugriff. Theoretisch für immer. Ich mache keine Zeitbegrenzung rein. Du kannst die Videos 500 Mal angucken, 501 Mal angucken. Die meisten Leute schauen es sich ein, zwei, vielleicht dreimal an. Dann hat man die Inhalte verstanden, meistens schon beim ersten Mal. Weil ich erkläre es dir ohne Fachchinesisch, ohne englische Begriffe, ohne Vorwissen. So wie ich jetzt gerade mit dir spreche, so sind auch die Erklärvideos. Da wünsche ich dir viel Spaß. Hol dir das Videotraining und dann kannst du mit Luminar Neo durchstarten und alles ausreizen, was dir die Software bietet. Auch die versteckten Funktionen. Wir sehen uns im Videotraining.